Auch wenn es uns nicht gefällt Ey, so Flugviecher auseinander brutzeln Auch wenn es uns nicht gefällt, müssen wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unten weitermachen Ich will den, ja Yo Anscheinend wirklich, 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 wirklich Wir müssen echt tatsächlich wieder zurück Naja, nicht schlimm Sollte ja im Grunde genommen schnell gehen So, zack Und mit dem Mothball ein bisschen durch die Ging cruisen Falsche Region würde ich mal behaupten So Und Rollen, rollen, rollen Alles klar So, dann Halter, falter Das ist halt immer dieses Backtracking Du willst halt wirklich alles Finden, was du nur finden kannst Und im Großen und Ganzen Findest du nichts Weil du nicht weiterkommst Das ist halt immer so Das Wo ich denke Hey, Moment mal Da müssten wir doch auch Irgendwie reinkommen, oder? Aber ich hab gerade gesehen Das ist nicht das Einzige Wo wir noch nicht drin waren Das ist nicht das Einzige Das ist nicht das Einzige Freunde, warum hat mir das keiner gesagt? So Dann Wir müssen noch eins weiter Pass mal auf Weil Wenn wir jetzt hier reingehen Hier Dann Ich hab irgendwie Blöde Vermutung Dass man an den Einen Punkt Nur anders rankommt Bin mir aber nicht sicher So Wir speichern hier nochmal Gerade Haben Full Health Health Wir sind gar nicht Nach ganz unten gegangen Sind wir denn dumm? leaves Wir sind Kirchner Das ist viel Wohl Mitte Bye Bye Tot ins So, bam, Tür auf. So. Spacer-Beam. Alles klar. Bringt uns, glaube ich, nur nicht allzu viel. Naja, bringt schon halt was, ne? Der bringt schon was. Aber stellt euch mal vor, ich wäre jetzt nicht dahin gegangen. Sondern er hätte einfach nur gesagt so, ja komm, drauf geschissen. Dann hätten wir den halt auch nicht. So, wir müssten theoretisch gesehen da hoch. So, hier ist auch irgendwas drin. Ich frage mich halt wirklich. Wie willst du an diese Stelle kommen? Also, ne? Das sind halt so Fragen über Fragen. Okay. Da wir den geholt haben, speichern wir nochmal schnell ab. Ist ja nichts Verwerfliches. Alles gut. So. Mit dem Spacer-Beam geht das hier auch direkt mal um ein paar Ecken schneller. Ah, wir brauchen den Spacer-Beam hierfür. Nee, doch nicht. Das war... Das ist ganz schön deprimierend auf eine gewisse Art und Weise gerade. Weil... Wir kommen jetzt gerade echt nicht weiter. Ja, man kann es nicht anders sagen. So, wir müssen jetzt nach rechts. Okay. So. Ist, ist vollkommen okay. So. Und... Zack. Dann einmal da durch. Danke. Danke. So. Da waren wir. Hm. Ah, fuck. So. Und dann da rein. Wir gehen nochmal ins grüne... In die grüne Lunge. Sagen wir es mal. Ja. Und gucken einfach mal, ob wir nicht doch irgendwas vergessen haben. So, hier können wir nochmal speichern. Was wir auch machen werden. Anfangs war es halt echt lineal gestaltet. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass man denkt so, ach, fuck it. Das ist total der Rotz. Aber, naja. Demasi. Mahlzeit. So. Hm. Schauen wir uns das nochmal an. Mist. So. Dann... Okay. Da können wir wieder entlang. Die können wir nicht am Arsch machen. Hier hinten. Wollen wir zum Beispiel gar nicht gucken. Aber irgendwo muss es noch was geben. Irgendwas haben wir vergessen. Das ist das. Okay. Das ist der komplett falsche Weg. Auch gut. Auch nicht schlecht. So. Okay. Dann wieder hier lang. So. Und... Zack. Wir haben den normalen Beam. Yo. Alles klar. Übertreibt. So. Und... Ach komm. Den ignorieren wir. Damage Boost. Einfach durch. Äh. Nein. Das ist, ähm... AM2R. Das ist der Metroid 2 Remake. Also, für alle, die sich gerade fragen, mit wem ich rede. Ich rede, wie gewohnt, mit dem Chat. Es sind noch drei Metroids übrig. Drei, die wir nicht gefunden haben. Oben kommen wir nicht rein. Einzige Möglichkeit wäre wirklich ganz oben. Und hier hinten. Das bedeutet, wir werden einmal komplettes Backtracking betreiben. Aber die Metroids müssen ja hier in der Ebene sein. Und nicht in der oberen. Deswegen verstehe ich auch nicht, wo die Mega-Bombe sein soll, die wir benötigen. So. Und... Come on. Okay. Dann einmal nochmal hier. So. Das, das, das und das. Das haben wir. Da oben kommen wir nicht weiter, weil wir da die Mega-Bombe für brauchen. Irgendwo ist ein Fehler. Irgendwo ist ein Fehler. Da unten kommen wir auch nicht hin. Kommen wir da unten hin? Warte mal. Warte mal. Ah. Ich bin so ein Toffi. Wir sind die ganze Zeit den falschen Weg gelaufen. Speichern brauchen wir jetzt gerade nicht. Es sei denn, wir wollen... Ja doch. Wir füllen mal unser Arsenal auf. Wir füllen einfach mal das Arsenal auf. So. Okay. So. Und... Nice. Dann kommen wir da wohl nur rüber, wenn wir... Bei der kleinsten Berührung speichert der. Okay. So. Das war nämlich... Hier. So. Zack. Und... Dann geht es ab nach Hause. So. Und... Dann haben wir den Dude, der... Stress machen will. Was ihm aber nicht gelingt. So. Dann da entlang. Hier wäre halt auch nochmal so ein Ding gewesen. Aber... Ja stimmt, da war ja was. Okay. Hi. Und... Dann... Hier... Ah. Komm. So. Dann... Schießen wir uns den Weg nach oben frei. Oder? Wo oben? Ja doch. Nach oben. Hä? Obwohl? Dam, 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 dam. Ich bin gerade wieder richtig am Rätseln, ne? Okay. Da unten kam wir nicht lang. Da auch nicht. Da auch nicht. Bedeutet... Ja, Metroid ist halt echt so ein Game, da kannst du... Stundenlang dran sitzen. Egal, ob es jetzt ein altes Metroid ist. Oder ein Remake. Ja. Moment mal. Achso. Ja. Alles klar. So. Da, 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 da waren wir schon. Wir fliegen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Juhu. Ah, das Problem ist halt wirklich, wie auch eben schon gesagt, Metroid ist ein richtiges Backtracking-Game ohne Ende. Das war aber je in Metroid so. Und wird auch immer so sein. Und wird auch immer so sein. Gott. Das ist so... Das wird sich halt nie ändern. So, hier unten hatten wir alles. Okay. Okay. Hier müsste es eigentlich auch irgendwas geben, wo wir hin könnten. Weil, ich wüsste nicht, wie wir jetzt da hinkommen. Das ist halt auch so. Weißt du? Wie willst du da hinkommen? Du musst ja irgendwo hin. Irgendwie da hin. Moment. Ach, das kann nicht sein, oder? Wenn das jetzt wirklich so ist, dass wir komplett einmal nach ganz zurück müssen. Wow. Dann... Dann Hut ab. Also... Dann... Echte Props. Weil... Das ist wirklich... Ziemlich nervig. Ey, Omasimov. Okay. Dann... Ja. Ja. Woa. Hi, ihr Vögel. Ah, okay. So. Alles okay. Alles okay. Ey, wenn das jetzt wirklich der Fall sein sollte, fresschen Besen. Ich meine, einige werden jetzt in Chatschung schreiben, guten Appetit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich. Obwohl... Das kann ich mir nicht vorstellen. Da gab es schon andere Dinge, die ich gesehen habe. Ganz andere. Da würde mich sowas auch nicht mehr wundern. So. Na, komm. Ach, dammit. Ihr wollt mich doch verarschen. Da oben ist ernsthaft ein Secret. Das kann ich nur auf der Ecke mal bei dir율i sein. Ça geht mit mir einfach. Hast du das? Ich bin jungen Baby und will. Ich bin Holger der Bescheid. Okay, das wird ziemlich kacke. Ach, komm. Und da gibt es echt Krass, da haben die wirklich Das ist heftig. Und ja, es gibt halt wirklich die übelsten Secrets. Immer noch, selbst beim Backtracking. Wo ich mir gerade denke, Alter, wollt ihr mich trollen, oder? Irgendwie sowas? Okay. So, jetzt können wir ja auch gucken. Was sich hier oben so befindet. Alles klar. Okay. Props an die Entwickler. Wirklich. Okay, geht es da? Ja. Okay. 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 hmm als ob Ey. Ihr wollt mich doch verarschen. Das Ganze jetzt echt nur für ein paar Missiles? Ja. Metroid wird heute ausnahmsweise mal live im Stream gespielt. So. Krass. Das bedeutet aber, dass hier unten trotzdem irgendwas sein muss. Irgendwas, was wir übersehen haben. Ey. Ich glaube, ne, die werden da kein Fake-Lava eingebaut haben, oder? Meint ihr, die haben Fake-Lava eingebaut? Wir müssen eh hoch. Okay. So, zack. Speichern wird überbewertet. So, okay. Weiter geht's. Um. Okay, wrong way. Okay. Ciao. 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 so runter ja hoffentlich gibt es dort einen save point vorher noch ja gibt es gibt es gut sehr gut okay they see me rolling ja wir gehen erstmal speichern und schauen dann nochmal also ich kann sagen dass diese lava keine fake lava ist glaube ich bin mir nicht sicher und selbst wenn wir haben jetzt gespeichert okay war keine fake lava war richtige lava so ja komm klingt auch nicht so viel und dann geht es weiter schauen wir mal ob das da hinten fake lava ist ich glaube nicht nope und hier kommen wir auch nicht mehr raus bedeutet wir sind quasi down oh Gott ja gut die Fragen aller Fragen ist wie geht es jetzt weiter wie geht es weiter wir speichern erstmal ab und dann würde ich sagen war es das erste mit Metroid und wenn ihr irgendwie was wisst oder so lasst einfach ein kleines Kommentar da weil ich kenne ja meine Freunde da draußen ihr wisst immer wie es weiter geht helft mir auch immer gerne und in dem Sinne macht es gut haut rein bis zum nächsten mal und ciao ciao Bis zum nächsten Mal.